Moin, liebe Eltern! Wir schauen uns heute gemeinsam an, wie iSurf funktioniert. Dazu loggen wir uns zusammen ein und schauen uns die wichtigsten beiden Module an. Noch besser ist natürlich, wenn ihr einmal euer Kind dazu befragt, denn offensichtlich sind die Kinder die Experten für iSurf und kennen sich mit allen Funktionen am besten aus. Um mit iSurf zu starten, brauchen wir entweder die App oder die Webseite. Das ist ein bisschen trickreich, denn jede Schule hat ihre eigene Webseite. Daher immer darauf achten, dass man das Schullogo irgendwo sieht, bei uns zum Beispiel drüber, und dann weiß man auch, dass man auf der richtigen ist. Bei der App ist das in der Regel so, dass man erst mal gefragt wird, mit welchem iSurf man sich verbinden will. Und in unserem Beispiel wäre das dann neue-igs.org. Und neue-igs.org ist auch das, was ich in die Suchleiste schreiben kann, um einfach auf diese Anmeldeseite zu kommen. Aber man findet das natürlich auch über unsere Schul-Homepage oder wenn man bei Google iSurf neue IGS Göttingen sucht oder entsprechend auch für andere Schulen. Gut, wir kommen dann früher oder später auf diese Anmeldeseite. Und da möchte iSurf von uns den Account-Name und das Passwort wissen. Ja, wie kriegen wir das raus? In der Regel bekommt ihr eine Nachricht von euren Tutoren, die euch das zusammen mitteilen. Und dann kann man das einfach abschreiben. Es geht los mit dem Account. Der beginnt immer mit Eltern. Punkt. Und dann Vorname. Punkt. Nachname vom Kind. In meinem Beispiel jetzt also. Bubi. Punkt. Beispiel. Wenn euer Kind mehrere Vornamen hat oder vielleicht einen Doppelnamen, dann kann das eventuell abweichen. Aber ihr bekommt die Zugangsdaten ja, wie erwähnt, von den Tutoren. Da steht das dann auch ganz genau. Daher kommt jetzt mein Passwort. Die sind, wie solche Passwörter sind, natürlich immer ein bisschen kompliziert. Aber man kann das ja auch speichern lassen, wenn man möchte. Ich habe hier N21IGS, dann B1YT und klicke auf Anmelden. Und da lädt es eine Weile. Das ist manchmal bei iSurf so. Hat geklappt. Ich werde auch gefragt, ob ich das Passwort speichern will. Ich sage mal ja. Das kann aber ja jeder für sich selbst entscheiden. Damit sind wir jetzt auf der iSurf Startseite. Da sehen wir direkt, ob es etwas Wichtiges gibt. Bei uns fällt auf, wir haben eine E-Mail bekommen. Die heißt Testnachricht von Bubi Beispiel. Also in diesem Beispiel von unserem Kind. Und unter News steht, es gibt zurzeit keine Neuigkeiten. Also wenn wirklich was ganz Dringendes passieren würde. Was weiß ich, die Schule fällt aus oder so. Dann würden wir das hier bei News auch finden. Aber in so einem Fall würde es sicherlich auch noch mal eine E-Mail geben. Weitere News kann man dann aber eben hier lesen. Ja, das ist also die Startseite. Da kommt man auch immer wieder leicht hin, wenn wir irgendwo anders sind. Zum Beispiel bei E-Mails, indem wir oben links auf das iSurf Symbol klicken. Und zack, ist man wieder auf der Startseite. Da gibt es eben alles Wichtige. Auch noch mal ein Hinweis, wie man an die App kommt. Und einen schnellen Klick, um den Kalender zu erreichen. Hier sehen wir bei Kalender. Es gibt keine Kalenderdaten in den nächsten 14 Tagen. Wurden hier in dieser Beispielgruppe noch keine eingetragen. Aber da könnten zum Beispiel Tiki-Abende vermerkt sein oder Elternsprechtage oder auch die Lernchecks, dass man eben auch als Elternteil weiß, wann die Kinder das schreiben. Ja, ich habe jetzt so schön mein Passwort verraten. Dann wollen wir das doch mal als erstes ändern. Und das ist nicht schwierig. Dazu klickt man auf seinen eigenen Account. Also einfach auf den Namen klicken. Und dann auf Profil. Und da kann man alles Mögliche einstellen. Das interessiert uns aber gar nicht. Wir gehen direkt auf Passwort. Ja, und das funktioniert so, wie man sich das denkt. Man gibt das alte Passwort ein. Dann das neue. Man wiederholt noch mal das neue. Und schon hat man sein eigenes. Das mache ich natürlich nach der Aufnahme. Sonst muss ich es ja direkt noch mal machen. Gut, wir kommen zum wichtigsten Modul. Und das sehen wir hier im Schnellzugriff. Wie ist es dort hingekommen? Diesen Schnellzugriff kann man mit dem kleinen Stift anpassen. Und dann sieht man auch nur die Module, mit denen man arbeiten möchte. Ich empfehle das auch anzupassen, weil iSurf sonst einfach ein bisschen erschlagen kann. Also um das zu demonstrieren, mache ich mal alle Module auf. Und dann sieht das so aus. Und keine Sorge, wir müssen uns nicht mit allen Modulen beschäftigen. Ich sage mal was zu 1, 2, die noch interessant sind. Also einfach, dass man die Namen schon mal gehört hat. Kurswahlen kann durchaus interessant sein. Das wird zum Beispiel verwendet, wenn es um die WPA-Wahlen geht. Also etwa zweite Fremdsprache. Und Umfragen kann interessant sein. Vielleicht gibt es mal eine Umfrage dazu, was die Eltern vom Essen halten oder so. Und Videokonferenzen, das brauche ich eventuell, wenn ich vielleicht ein TG-Elterngespräch oder so als iSurf-Konferenz habe. Ja, dann ist das der richtige Link. Die sind aber nicht so wichtig. Am wichtigsten sind E-Mail und Kalender. Und die habe ich hier hinbekommen, indem ich auf den Stift von Schnellzugriff gegangen bin. Und dann kann ich hier mit dem Stoppschild einfach was wegmachen. Einfach draufklicken. Zack, ist der Kalender weg. Und wenn ich mir dann doch sage, ich hätte den gerne wieder, einmal auf das Sternchen. Und dann ist er wieder da. Ja, und ich weiß, das ist kein Stoppschild. Sonst muss ich mir wieder von meinen Kindern anhören, dass ich nicht mal die Schilder richtig benenne. Aber ja, also ihr wisst, dieses Verkehrsschild für hier nicht lang. Damit kriege ich das eben weg. Ich kann auch die Reihenfolge vertauschen, wenn ich das hier festhalte. Aber ich empfehle, E-Mail hinzumachen, Kalender noch anzeigen zu lassen. Und dann ist das aber auch mal gut. Passwort ändern wird hier vorgeschlagen. Das ist aber neu. Ach so, die aktuelle Seite. Da haben wir gleich was Neues zusammen entdeckt. iSurf ändert sich auch immer mal. Das kann ich jetzt wohl auch einfach in die Favoriten packen. Ja, kann ich machen. Ja, witzig. Also die aktuellen Seiten gibt es jetzt auch immer, dass man sie schneller findet, um sie hier einfach reinzupacken. Schöne Sache. Also wenn man häufig sein Passwort ändern will, bin ich erst im Kalender. Oder bei E-Mails. Und ein Klick bin ich bei Passwort ändern. Warum nicht, kann man machen. Aber ich mache es jetzt mal wieder weg. So, lange Rede, kurzer Sinn. Dann kommen wir zu den beiden wichtigsten Modulen, mit denen man grob wissen sollte, wie sie funktionieren. Zuerst E-Mail. Da klickt man drauf. Und dann gibt es eine Fehlermeldung. Passiert auch mal. So, jetzt funktioniert es. Also davon nicht beeindrucken lassen. Ja, iSurf kann vielleicht auch mal nicht. Und irgendwann will es dann wieder. Na ja. Gut. E-Mail. Wir sehen eine neue. Da kann man einmal draufklicken. Dann wird sie angezeigt. Bubi Beispiel hat geschrieben. Guten Tag. Klappt alles bei euch. Liebe Grüße Bubi. Und dann können wir einfach mit Antworten darauf antworten. Und ich sage jetzt mal ganz kurz. Ja. So. Ich kann wie bei jedem anderen E-Mail Provider natürlich noch etwas hochladen, wenn ich irgendein Dokument versenden muss. Ich kann auch noch weitere hier mit Kopie einfügen. Vielleicht möchte ich das nochmal mit an den Tutor senden oder so. Und wenn ich fertig bin, auf Absenden. Und dann hat sich das. Ich empfehle, den Posteingang leer zu halten. Weil gerade jetzt in der Corona-Zeit haben wir durchaus die ein oder andere E-Mail. Wie wir alle wissen. Und von daher, wenn ich was gelesen habe oder es ist einfach fertig bearbeitet, einmal anklicken, dann auf Verschieben und dann Archivieren. Und dann entsteht hier der Archivordner. Der ist anfangs vielleicht noch gar nicht da. Und da kann man später auch wieder nachschauen. 2021 an dem Datum. Ah ja, die Nachricht. Also insgesamt sollte der Speicher dafür reichen, die nächsten Jahre E-Mails zu archivieren. Und dann kann man immer noch mal nachschauen. Sie kommen eben nicht weg. Und wichtige Unterlagen hat man so immer zusammen. Meiner Meinung nach der größte Vorteil ist aber, dass ich so leicht E-Mails senden kann. Denn jetzt ist ja alles intern. Also ich gehe auf Verfassen. Und ich muss jetzt einfach nur den Anfangsbuchstaben eintippen. Dann werden schon alle vorgeschlagen, die ich meinen könnte. Das möchte ich für das Video jetzt natürlich nicht. Daher schreibe ich schon mal Bubi und schneide das aus und füge das ein. Und dann werden alle vorgeschlagen, die irgendwas mit Bubi heißen. Also Bubi Beispiel und hier jetzt Eltern.Bubi Beispiel. Man sieht auch immer die Adresse, kann einmal anklicken und so ist es ganz sicher, dass man keine Schreibfehler beim Empfänger macht und sich dann vielleicht wundert, warum die E-Mail nicht ankommt, sondern es klappt einfach immer. Und das ist meiner Meinung nach der größte Vorteil, dass man einfach viel effizienter schreiben und arbeiten kann. Ja, da sind wir auch schon beim Schluss angekommen, nämlich das letzte Modul zum Zeigen. Das ist der Kalender und ich möchte das hier nicht speichern. Oft wird noch gefragt, wenn man nicht fertig ist und nicht speichern wollte, ob man das möchte. Aber gut, zeige ich es nochmal kurz. Ja, also hier ist nichts Wichtiges. Aber angenommen, ich hätte jetzt eine wichtige E-Mail geschrieben, die ist aber noch nicht fertig, kann ich die natürlich auch speichern. Dann ist sie bei Entwürfe und dann kann ich sie irgendwann anders mal fertig schreiben. So, wir wollen jetzt aber zum Kalender und da sehen wir die Osterferien eingetragen und ja, Karfreitag und so weiter. Sonst nichts Spannendes. Wir würden das in verschiedenen Farben sonst erkennen. Hier zum Beispiel sehen wir die Blautöne dafür. Ja, also unsere eigenen Daten wären in Dunkelblau. Wir könnten uns jetzt hier also auch einen eigenen Termin reinmachen, sodass ich sage, was weiß ich, üben. An dem Tag wollen wir mit Bubi üben und zwar entweder eine gewisse Uhrzeit oder den ganzen Tag. So, und dann steht das nur in unserem Kalender. Also daher dieses Blaue. Es könnte aber auch sein, dass die Eltern mal irgendeinen Tag einbauen, vielleicht wo sich halt die Eltern treffen. Dann wäre das so ein hellblau. Die Farben kann man auch anpassen. Die sind gerade etwas unglücklich. Alles sehr ähnlich. Oder es könnte auch der Kalender der Klasse angezeigt werden, wo man dann vielleicht sieht, Lerncheck, Klassenfahrt, solche Geschichten. Also von daher hat man hier einen durchaus guten Überblick. Und das ist natürlich noch im Aufbau. Das lohnt sich erst, wenn wir mit der Elternschaft hier ganz angekommen sind. Dann haben wir aber auch ein gutes Modul zur Verfügung. Gut, zusammenfassend finde ich also sinnvoll, E-Mail und Kalender in den Schnellzugriff zu packen. Über alles andere wie auch WPA-Wahlen, da werdet ihr sicherlich ausführlich drüber informiert. Oder es gibt dann einfach mal in der E-Mail einen Link. Da muss man sich also nicht so sehr mit beschäftigen. Daher die Module klappe ich weg. So sieht es schöner aus. Und auf iSurf kommen wir auf die Startseite. Wenn es was geben sollte, finden wir das da. iSurf ist insgesamt also durchaus aufgeräumt. Und keine dramatische App. Ach, apropos App, da doch noch ein Schlusswort. In der App, besser als am Computer, kann man natürlich einstellen, was für Nachrichten man bekommen möchte. Da gibt es ja diese rote 1, Notifications. Oder es gibt irgendwie einen Ton. Oder es wird eingeblendet, wenn es eine E-Mail gibt. Das kann man ja passend machen. Dann muss man auch nicht immer nachschauen. Und ich denke, es ist jetzt auch nicht so dramatisch, dass dann alle 20 Minuten das Handy klingelt. Sondern wenn es eine Nachricht gibt, würde die eben angezeigt werden. Oder man macht es wie ich. Ich habe das nicht aktiviert. Ich habe meine Nachrichten einfach am Computer. Schaue dann immer mal nach. Und dann sehe ich auch die neuesten. Gut, das war alles, was man grundlegend zur iSurf wissen muss. Ich denke, wie immer, wenn ich erzähle, sogar noch ein bisschen mehr. Und damit noch einen schönen Tag.